Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin ein guter Moslem sein. Monat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen und ein anderes Leben kennenlernen. Unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich hab gehabt, du willst nach Pakistan. Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Was Dummes hab ich noch nie gehört. Stay down, Paul. Meine Allah gibt mir Geduld und Kraft und beschützt mich. Ich weiß, dass du der beste Beschützer bist, denn du bist der Allerwichtigste. Ich arbeite für die amerikanische Regierung. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Ihnen gesagt, wie wichtig es ist, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Ich will sagen, die Wahrheit. Ich kann einfach nichts gestehen. Sie sind ein stures, dummes Kind. Ich bin dumm, weil ich kein Terrorist bin? Das hier ist kein Spiel. Nicht für sich. Bring ich was zu trinken. Was ist mit dem? Er ist ein Freund von mir. Der sucht sich junge Typen. Versager, wie Sie. Die bringt er in die Moschee und unterzieht seiner Gehirnterscheidung. Verlaugener Penner. Wie läuft's? Ich will ihn mit dem nächsten Flieger nach Berlin zurückschicken. Ja, das geht aber nicht. Sonst, was Sie jetzt wollten. Heute lernen Sie was regeln. Eine Regel lautet, keine Haustiere. Ich will, dass Sie mich töten und es mir dann bringen. Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Wie viele Tage? Wie viele Tage? Wie viele Tage? Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Nicht nur einfetzen. Beweis Material. Das ist eine Woche. Ich will, dass Sie sich nicht vor, dass Sie sich in der Hand ist. Atha. Ich will, dass Sie sich ein ich noch invented. Ich will, dass Sie sich wieder.